So, noch ein goldener Trank. Schöne Sache. Du bleib mal da. Sehr, sehr schön. Kaum hat man gemeckert, kommt auch schon das Amulett. So, jetzt will ich verdammt nochmal einen Ring haben. Denn wir sitzen schon auf Ebene 7. Nein! Okay, ich will jetzt bitte, bitte doch wirklich einen Ring haben. Und ich will gleich nicht wieder sterben. Ich will es echt nicht. Ich würde schon ganz gerne das Spiel durchspielen, auch wenn es recht knackig ist. Jedenfalls, sobald man es um die Kommande kommt. Aber ich will auch nicht 5, 6 Mal am Stück an derselben Stelle sterben. Ihr sagt mir zwar immer, das ist nicht langweilig und es ist auch jedes Mal eine neue Herausforderung und so, aber irgendwie habe ich da trotzdem meine Zweifel. So. Blitzstab wird liegen gelassen. Essen wird gegessen. Sobald wir den Schlüssel haben und hier alles aufgeräumt, sortieren wir das Inventar. Und legen uns jetzt alles so hin, wie wir es gerne hätten. Den nehme ich mal mit. So, also so ein normales Skelett hält schon 4 Schläge aus. Unaufgeladene Schläge. Und wir können nicht unbedingt immer aufladen, weil es halt lange dauert. Und weil wir dadurch langsamer werden und der Skelett magier zurückgehen kann und schießen. Was nicht so gut wäre. Also werden wir mindestens 5, 6 Mal auf ihn schlagen müssen. Mit unserer jetzigen Waffe. Angenommen, er ist ein Ticken stärker als so ein normales Skelett. Was ich einfach mal denke. So, Schlüssel. Gibt es hierfür noch irgendein Secret oder so? Ne, da will ich jetzt auch nicht runterspringen, nur um das zu testen. Das muss nicht sein. Kurz noch gucken, ob hier irgendwas laut Karte nicht erforscht ist. Und... Hättet sich in Grenzen. Das ist noch eine kleine Nische, aber das ist glaube ich nichts. Was ist eigentlich das hier? Haben wir nur Dreck? Okay. So, hier ist noch einmal Essen. Das ist sehr schön. Damit kommen wir nämlich auf ein Maximum. So, was wollen wir in der Leiste haben? Wir hätten gerne die roten Tränke, die uns unsterblich machen. Das sollte ja schon mal recht praktisch sein. Und in unsere Schriftrolle der größeren Heilung und eine Schriftrolle der Heilung hinterher. Gut, das müsste es eigentlich sein. Das heißt, ich drücke dann, sobald ich ihn sehe, 2. Wenn wir trotzdem, also trotz des Arcan-Trankes Schaden bekommen, drücke ich halt 5 und 6. Muss ich jetzt mal ein Mikro vorbeischielen, ob ich die Tasten einigermaßen erwische. Aber ja, das müsste hinhauen. So, jetzt würde ich gerne speichern. Aber es ist ein Roguelike und da geht das nicht. Und das ist auch der Sinn des Ganzen. Durchatmen. Komm her. Das wäre jetzt schön, wenn das der richtige Negromand gewesen wäre. So, hier kommt auch mal hierher. Wir wollen nicht, dass irgendwas uns in die Klinge läuft. Lila Trank war regenerativer Trank, richtig? Den brauchen wir nicht. Ich trinke jetzt schon wieder was zu essen. Trinken. Bist du der ultimative Böse? Ja, bist du. Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Wie geil. Okay, ich habe, wie gesagt, im Panik-Modus mal wieder alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Und dadurch alle Ressourcen verschwendet. Aber der Negromand ist tot. Verdammt nochmal. Sehr, sehr schön. Also weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir ziehen erstmal unsere neue Rüstung an. Dann gucken wir uns das Hütchen an, was wir bekommen haben. Das da. Ist schon mal besser als das Lederkäppchen. So. Schwarzer Trank wussten wir nicht, was er macht. Goldene Tränke waren Instant-Heiltränke. Die können da schon mal hin. Und die regenerativen lassen wir erstmal da. Dafür kommt was zu essen oben hin. Und vielleicht noch ein Stab. Okay. Sehr schön. Wir kommen endlich weiter. Geil, geil, geil. Also. Nahkampf war die gute Taktik. Und genug Tränke haben. Und er hat uns trotz des Arcan-Trankes sehr gut runtergehauen. Also ich habe ganz kurz auf die Lebenspunkte schielen können. Das waren sechs Stück. Das ist nicht viel. Da habe ich gerade wieder was zu essen gegessen. Level ab. Sauber. Ich wollte den Stab benutzen, damit wir nicht so viele Lebenspunkte verlieren. Da ist diese komische Kugel. Ist hier noch irgendwas zum Aufsammeln? Nö. Okay. Ich hoffe mal, die Kugel macht jetzt nichts Böses. Mein Verdacht ist ja, wir müssen das Ding jetzt nach oben bringen. Ja, richtig. Wir haben diesen komischen Ort. Wir müssen jetzt zurück zur Oberfläche. Und da hinten ist ein Magier. So. Heiltrank. Stirb. So. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Können wir den Ort benutzen? Ähm. Sollten wir den Ort benutzen? Ähm. Nee, komm. Du kommst erst mit dem Winter. So. Durchatmen. Und versuchen, hier rauszukommen. Überall neue Gegner. Morde töten. Einmal Morde töten. Die Schuhe. Hey. Das war jetzt definitiv ein Respawn. Und die halten richtig viel aus. Und die halten richtig viel aus. Stirb. So. Stopp. Stehen bleiben. Essen. Weiter laufen. Äh. Sollten schnell hier raus. Den starten wir mal mit. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier ist der richtige Weg. Oh. Wow. Essen. Essen. Irgendwas macht da ganz komische Geräusche. So. Schnell. 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 Weg. 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 Genau. Springe einfach in den Blutsee. Ist vollkommen okay. Habe ich kein Problem mit. Und da schon wieder das komische Hämmern. Soll das Panik erzeugen? Es funktionieren. Oh. Ha. Komm. 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 Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Mein schwarzer Trank. Der kommt mit. Und ich werde langsam. So. Du wirst gleich gegessen. Sobald ich kurz zum Atmen komme. So. Wir haben die Treppe hier. Ich will aber noch nicht runter gehen. Erstmal will ich nochmal kurz durchatmen. Und dann will ich hoch regenerieren mit dem Essen. Und gucken ob jetzt noch irgendwas hier kommt. Also ob wirklich durchgehend respawn angeschaltet ist. Jetzt wo wir diesen komischen Orb da haben. Aber es kommt nix. Nee. Doch. Außer der ist irgendwo hängen geblieben. Und wäre auch so gekommen. Okay. Also es ist kein übermäßiger Respawn. Das heißt, wenn wir taktisch und ruhig vorgehen, dürften wir auch Schritt für Schritt hier wieder rauskommen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Also zurück nach oben. Ebene 6. Neuer Loot wird wohl nicht auf dem Boden liegen. Deswegen sollte man darauf achten, dass wir auch die hier auf dem Land töten. Weil ihr habt hoffentlich was dabei. Wenn nicht, wäre das ganz schön unfair. Weil ich habe nur noch so und so viele Lebenstränke. Und Schriftrollen und Essen und Trinken. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal wieder auf den Boden umsteigen. Wurde es gerade hier hin teleportiert? Oh. Oh, sie droppen. Oh oh. Wir droppen doch Loot. Ah. Das war nicht gut. Ich hätte schwören können, das wären zwei von diesen Schädeln gewesen. Aussortieren. Du musst weg. Du musst gegessen werden. Du kommst da oben hin. Die Schriftrolle kommt auch da oben hin. Und wir wissen immer noch nicht, was die Schwarzen machen. Lila war eine Regenerative. So. Jetzt habe ich da hinten eine goldene Brustplatte gesehen. Die hätte ich gerne. Zehn. Hätte ich doch nicht gerne. Den Bogen. Den hätte ich ja eigentlich weggeworfen. Aber, da wir hier recht viele Nacklemmel haben, könnten wir den auch mal wieder benutzen. Wenn wir dann... Wenn wir dann... Hey. Können sich echt teleportieren. Wenn wir dann mal wieder Pfeile finden. So. Acht Rüstungsklasse. Wir haben acht Rüstungsklasse. Ja, da war der Stab richtig schön effektiv. Die ganze Reihe erwischt. So. Komm her. Ja. Läufst du weg. Du bist ein Untoter. Das ist dir vollkommen egal, wenn du stirbst. Du freust dich da drauf. So. Schwarzer Trank. Stipp, 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 stipp. Okay, da scheint sich erstmal ruhig zu sein. Machen wir einen Schritt zurück. Wir kriegen uns hier in die Ecke und probieren jetzt mal die schwarzen Tränke aus. Regenerativ. Sehr schön. Oh. Kommt ihr jetzt noch alle her? Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Respawn ist oder ob vielleicht Trigger da sind. Also bald an bestimmten Stellen erreicht, dass wir dann vor und hinter einem was gespawnt wird. Was ja auch Sinn machen würde. Nicht ins Wasser. Na gut. Stab aussortieren. Stab in die Hand nehmen. Die Sache hatten wir schon gecheckt. Den Apfel nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Die Hose nicht. Du stirbst. Und wir warten, bis der Magie um die Ecke kommt. Hoffentlich möglichst nah an uns dran. Genau so. Du warst zwölf. Du stirbst für die Erfahrungspunkte. Oh. Und das Essen. So. Also. Acht bis vierzehn. Du kannst weg. Zwölf. Wir haben elf. Du kannst weg. Wir haben noch zwei Stück Essen. Und noch drei schwarze Tränke, die auch als quasi Essen gelten. Ja. Sieht machbar aus. Außer auf Ebene 1 war jetzt irgendwie so ein super Nekromant auf uns. Das wäre nicht so toll. Aber selbst wenn. Der erste Nekromant ist tot. Da freue ich mich tierisch drüber. Wow. Nicht jetzt sterben. Nicht jetzt sterben. Und hinter uns ist auch alles voll gespawnt. Weg, 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 weg. So. Noch eine Schriftrolle weg. Das ist glaube ich doch keine so gute Idee gewesen zurück zu laufen. So. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht wieder respawnen kommt. Und dass das echt nur irgendwelche unsichtbaren Druckplatten waren, die die jetzigen gespawnt haben. Wir haben keine Instant Tränke mehr. Nur noch eine Schriftrolle. Also warten wir ganz kurz. Boah. Also ja, ich habe am Anfang ja gesagt, das Spiel ist so langweilig. Und man kommt so schnell immer wieder ins Nekromanten. Aber ja, Pustekuchen. Das war auch echt nur die Einleitung quasi. Der Nekromant ist dann die erste harte Nuss. Und danach wird es happig. Aber so soll es auch sein. Das macht gerade richtig Spaß, weil ich auf jede Bewegung achten muss. Auf alle Ausrüstungen. Und bei jedem Fehler, den ich mache. Und ich mache ab und an ja doch mal welche. Wird es mir gleich heimgezahlt. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Weg hier, weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Wurz kommt, zum Zweifel kommt der Blaue her. Ja. Also der Blaue am Ende war echt irritierend. Den hatten wir wohl irgendwie beim ersten Durchlauf übersehen. Ähm. Aber ja, doch. War sehr interessant. Wir haben auf jeden Fall den Nekromanten geknackt. Das ist schon mal ein schöner neuer Meilenstein. Wir wissen, was danach kommt. Wir müssen aber wieder zurücklaufen. Und brauchen dementsprechend die Heiltränke und so weiter. Ähm. Warum ich jetzt gestorben bin? Äh. Ich habe den Fehler gemacht. Ich dachte, ich könnte einfach an den vorbeilaufen. Meine Heiltränke spammen. Und dann so vielleicht auf dem Weg nach oben. Aber Pustekuchen. Das hätte ich nicht machen sollen. Also beim nächsten Mal wissen wir. Einfach wirklich ruhig Schritt für Schritt vorgehen. Und weiter austesten. Ob hinter einem permanent Sachen spawnen. Oder nur ein, zwei Mal. Wenn es nur ein, zwei Mal ist. Kann man die immer triggern. Umbringen, triggern, umbringen. Denn wieder einen Schritt nach vorne laufen. Triggern, umbringen, triggern, umbringen. Wieder einen Schritt nach vorne laufen. Und so weiter. Denn müssen halt nur die Heiltränke reichen. Und wir sollten doch noch die Pfeile mitnehmen. Denn bei manchen Stellen eben gerade wäre ein Bogen echt praktisch gewesen. Aber gut. Ich hoffe, ihr habt dieses Leben genossen. Und wir sehen uns beim nächsten. Bye, bye.